Es ist so offiziell und ich fühle mich eigentlich schon fast wie ein Profi, wenn diese Eröffnungsfeier stattfindet. Es ist einfach unglaublich, hier zu spielen und zu spielen. Das Wichtige ist, neben dem sportlichen Erfolg natürlich, dass diese Turniere eine Chance sind, auch über die Grenzen hinweg Freundschaften und Bindungen zu knüpfen. Wir verstehen uns alle sehr gut, harmonieren miteinander und sind bereit, miteinander ins Team zu starten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.